Willkommen auf meinem Kanal, lieben Werder Bremen Freunde. Heute mit dem Ausblick vor dem Spiel gegen München Gladbach. Schauen wir mal die Tabelle an. Werder ist 6 hinter und steht auf dem Relegationsplatz und hat 31 Punkte. Und die bessere Tor-Defense als 1. FC Köln, die 30 Punkte haben. Arminia Bielefeld ist auf dem 15. Platz und hat 92 Punkte. Und wir dahinter auf Platz 6 sehen. Mit 2 Punkten weniger. Wir müssen gewinnen und Arminia Bielefeld muss nur unentschieden spielen. Dann ist es auch egal, ob Köln gewinnt oder nicht. Und Bremen den 8. Sieg. Bremen gewann in der Bundesliga-Saison bislang nur 7 Spiele. 8 Saisonsiege gelangen den grünen-weißen. In ihrer langen Bundesliga-Historie zuvor immer. Das heißt, in jeder Saison von Werder in der Bundesliga hat Werder 8 Mal gewonnen. Und auch Thomas Schaaf. Bilanz gegen Gladbach ist gut. 8 Siege. 6 Mal unentschieden geholt. Und nur 7 Mal verloren. So viel Gerede reicht. Haut die Bälle rein ins Tor. Jungs. Können SVB uns. Für Bremen. Los Jungs. Wir schaffen das. Immer weiter. 안녕 siegelt. Bis zum nächsten Mal. the O du vu was